84 er hat es hier auf jeden fall komplett verformt das hier ebenfalls was ist hier passiert red x okay habe ich jetzt singen denn dienst bekommen mal pinsel ich wurde ja schon wieder abgelenkt das wollte ich ja gar nicht machen ich kann schon wieder nicht zu viel tragen ich habe noch mit dem fat man dabei auch ein ab also ein flammwerfer da komme ich habe irgendetwas weg was nur ein gewicht kostet oder zwei besser gesagt jetzt gehe ich nach sanctuary wieder habe ich hier ein ort jetzt ich muss jetzt noch die schlacht für tolle bahn da also ich höre das soll ich mir anhören auf der straße in einen hinterhalt geraten sind eins zu fünf in der unterzahl wir müssen die rüstungen zerstören wir dürfen nicht zulassen dass wir gehen zur alten militärbasis und versuchen dann es zu unserem unterstupf zu schaffen jetzt will ich den ort noch hier entdecken damit ich nach sanctuary komme dann wieder zurückreisen kann jetzt habe ich es entdeckt jetzt habe ich es entdeckt jetzt habe ich es entdeckt so sieht es aus kronkorken 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 militärisches klebeband so aber jetzt jetzt habe ich den ort entdeckt kronkorken aber hier schon wieder wieder dieser runner chip also mir das spiel sagen will jetzt macht doch endlich diese quest fertig werde ich auch vielleicht mal machen Kronkorken 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 druck krach brauche ich jetzt auch nicht eigentlich was ist das überhaupt metall rüstung rechtes bein jetzt eine schwere rüstung da werde ich leicht entdeckt tut mir leid da kann das kann ich stand egal kampf rüstung lassen wir das mal gesamten schrottel auch noch mal so ich habe meine ganzen waffen da rein das meine das ist ja schall gedämpft das kann ich brauchen ja das kann ich den lassen von mir aus und der halsband die planetische schmerzunterdrückung vielleicht kann ich das noch brauchen als melöne meyerlörgei ein paar behalte ich vielleicht brauche ich sie ja noch die dann finde ich fest quantum nicht red skorpion fleisch saubere kleidung die brauche ich auch nicht mehr so viel aufbereitetes wasser eigentlich auch nicht die ganzen mods da kommt das wird jetzt schon reichen da habe ich dann wahrscheinlich noch immer mehr als genug ich muss mal zu einem arzt und meine dingens heilen wenn es sucht so und jetzt nach west süd west und ich muss mich nicht mehr als auch 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 nicht da hatte ich noch mal glück bist du ruhig ruhig gesagt das soll mich nicht entdecken da kommt jetzt noch einer ja derweil kann ich ja die ausnehmen so der ist jetzt irgendwo nach links gegangen wo ist er da ist er ich bin nicht da fuck it mit dir ja ich glaube da muss ich laden alter also mit der power rüstung hatte ich keine probleme mit den jetzt muss ich aufpassen dass die zombies mich nicht als die guhle nein habe ich irgendetwas medics wäre zum beispiel cool irgendwas anderes noch ich bin ich bin Fuck it, fuck it, fuck it Fuck it Alter So, aber jetzt wirklich schon zum zehnten Mal West, Südwest. Ich glaube, wir sind ja schon hier, oder? Ja, nicht ganz. Ich brenne es auf jeden Fall, also brenn, es brennt Licht. Vorsicht, Vorsicht vor was? Ein Mutantenhund. Ich werde, werde ich beschossen? Tatsache, ich werde von dahin, jetzt muss ich gegen die ganzen Mutanten kämpfen, oder wie? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.